Einen wunderschönen guten Abend, good morning in the morning. Es ist wieder Dschungelzeit und wir haben die Dschungelshow auf Bild. Das hier ist das große, schöne Dschungelstudio von uns. Und wir sind gerade live dabei, wie sich der Moderator vorbereitet. Einfach nicht beachten, weiter geht's. Wir sind hier, wir haben hier wochenlang aufgebaut. Sieht aus wie im echten Dschungel, müsst ihr schon sagen. Da sind unsere Kandidaten, die dieses Jahr im Dschungel sind. Mal sehen, wer davon die Krone mit nach Hause nimmt. Es gibt ja schon Leute, die Favoriten spielen. Und zwar, dann geht es hier weiter. Wir haben die wunderschöne Feuerstelle. Da können wir uns mal reinsetzen. Achte, so. Hier wird gekocht, hier wird alles Mögliche gemacht. Einfach nur rumgesessen und gelästert, vor allem gelästert. Und wenn ihr ganz viel anderes mitbekommen wollt, dann würde ich euch raten, heute und in den nächsten Tagen einfach mal auf Facebook zu gehen, den Bild Promi News Account anzuschalten, zu liken vor allem vorher. Und euch dann einfach immer den Livestream zu geben. Schaut euch das an. Da unterhalten sich die Promis lästern wie verrückt. Und wir machen ein paar verrückte Sachen. Also, viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Fertig. Aus. Aus.